Herr Günther, Duell der Abstiegskandidaten. Haben Sie das umsetzen können, was Sie sich heute vorgenommen haben? Auf diesem holprigen, unbespielbaren Platz hat man nichts mehr bringen können vom Spielerisch. Das war nur Hauruck-Fußball und es ist normal nicht unsere Qualität, Fußball zu spielen. Ihre Spielanalyse ansonsten zum Spielverlauf? Ja, da kann man nicht viel sagen. Das ist ein Hauruck-Fußball, was nicht unsere Qualität ist. Wir sind eine spielerische Mannschaft und auf diesem Acker hier konnte man aber diese Qualität nicht ins Spiel übertragen. Sie haben gesagt, Sie spielen normalerweise anderen Fußball. Können Sie ein paar Worte dazu sagen? Ja klar, bei mir, bei meiner Mannschaft läuft der Ball und auf so einem Acker kann der Ball nicht laufen. Das ist unmöglich, ein Passspiel hier aufzuziehen und den Gegner unter Druck zu setzen. Was sagen Sie zum Saisonverlauf für Ihre Mannschaft bisher? Wir spielen halt unter unseren Möglichkeiten, aber wenn man die ganzen Spiele Revue passieren lässt, dann sieht man, dass wir viele Spiele sehr unglücklich verloren hatten. Wir haben zweimal 3-1 geführt und dann immer nur 3-3 und wenn man jetzt zum Beispiel die vier Punkte dazu und dann würde es alles anders aussehen. Aber im Moment ist es so, Keller-Duell heute. Ich sehe das nicht als Keller-Duell. Die ganze Mannschaften sind so eng beieinander. Gewinnt man mal zwei Spiele, dann ist man schon wieder Fünfter und das ist alles noch viel zu früh. Ihr nächster Gegner heißt Kieselbronn. Was meinen Sie, was das für ein Spiel wird und was für einen Gegner Sie da erwarten? Ja, da haben wir auf jeden Fall hervorragende Platzverhältnisse mit unserem Kunsthaus. Da kann es wieder sein, wie es will. Dass es natürlich ein schwieriges Spiel wird, das ist uns auch klar. Aber wir sind jetzt zu Hause und wollen jetzt unsere Serie fortsetzen, egal welcher Gegner da kommt. Musik